Ich weiß nicht, was hier los ist, aber eine Frau hat mich aus heiterem Himmel angesprochen. Sie will, dass ich einen Passagier finde. Ist nur eine Kleinigkeit. Da hätte ich nie mitgemacht. Sie haben Ihre Entscheidung getrocknet. Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie es zu tun haben. Ich bin fertig mit Ihren Spielchen. Jetzt sterben alle. Wollen Sie leben? Dann halten Sie den verdammten Zug an! Vielen Dank.